Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, the enemy is attacking. Von wo kommen sie denn? Von wo kommen sie denn? Larven. Wer hätte das gedacht? Ich hab ja so wenig Larven kaputtgeschlagen beim letzten Mal. Aber ich hab nichts zum Trinken mit, ne? Ah. Hier war jetzt nicht weg, ne? Oder es passiert nix. Dauert. Geh mal was trinken. Ich hab doch gerade was gehört. Und zwar unter mir? Hä? Moment mal. Geh irgendwo unter mir? Oder doch hier. Ach doch hier. Hallo. Servus. Und nun? War's das? Wo bleiben sie denn? Spannung wächst. Nicht. Ich sehe eine Ameise, aber keine Larven. So, von der anderen Seite können sie ja nicht angreifen, oder? Können die hier runterhüpfen vielleicht? Möglicherweise. Aber ich sehe nix. Sieht man's auf der Karte? Wo ist der Angriff? Wo genau? Äh. Hier. Was? Da? Äh. Moment mal. Moment mal. Wie soll das denn gehen? Hier? Wieso ist denn hier Sachen kaputt? Hallo? Äh. Ja, genau hier sollen die angreifen. Aber wo? Und wie sollen die hier herkommen? Krieg ich nicht. Die sollen hier was kaputt gemacht haben? Äh. Das soll angegriffen werden, ne? Wie denn? Fallschirmjäger. Larven. Können doch nur hier lang. Ja, das sind sie auch. Wie sind's? Und wieso machen die da hinten was kaputt? Da wird's mir angezeigt. Oh. Den check ich nicht. Den check ich nicht. Können wir mal gucken. Und das Unterwasserlarven? Können die den denn Amboss angreifen? Ist hier was? Nö. War's wohl. Nicht deren Ernst. Okay, gut. Bauen wir mal weiter. Äh. So. Die hätte ich gerne... ...belegt, siehste. Was nämlich genau das Ding. Ich fange da mit an. Und zwar... ...und zwar... ...okay. So. Kann jetzt hier... ...so ein Ding hin. Hätte ich aber... ...in der Mitte hätte ich gerne... ...nein. Ich hätte gerne... ...einen roten. In die Mitte, ne? ...so. Okay. Will ich mal da hin. ...nein. So, das war die falschen Toaster. Wenn ich es so mache... ...fall nur die Seile runter, ne? Und im Moment nur... ...den Steg da runter. Okay, gut. Gut, wir merken uns. Geht nicht. Na, komm. Ach, Mann. Okay. Ah, voll. ...toin, Anna. So. Mann, 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 Mann. Oh. Kein Ton. Kein Ton. Weil... ...das Ding mitnehmen muss, ne? Ja, noch 90 Ton. Ach, Mann. Dann wird es wohl... ...dorauf hinauslaufen, dass ich wieder Ton... ...holen muss. Hm. Okay. So. Dann hier so. Okay. Okay. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Also, die Wege sind halt dann, ähm... ...aus Ton. Also, so. Bis zu den Türen. Näh. Das Wasser gefallen. Okay, gut. Ach, wie gut, dass hier überall... ...Paletten sind. Bis jetzt ist noch nicht viel verloren gegangen, ne? Yay. Hm. Hier. Ah. Weg ist er. Dachte ich gerade, es ist nichts verloren gegangen. Aber so ein bisschen halt schon. Gitten. Gitten. Kido. Kido. Wird ich hier auch mal früher ausprobieren können. Wird ich mir die ganze Arbeit hier sparen können. Ach, Mann. Okay. Okay, eine Seite ist er schon fertig. 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 Na, die Seite. Hier super. Dass er hier richtig gut funktioniert, komme ich hier dran. Okay. Der Ton, der Ton, der Ton, der Ton. ist hier. Ich bin hier. Und hier hin. Aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Wo ist das Leben? Okay. Ja, ohne Ton natürlich die anderen Fundamente auch nicht, ne? Das ist doofer in der Sache, ist jetzt... Ja, ich hab unten Platzverlust. Hier direkt drunter. Wenn ich da drunter durchlaufe, muss ich mich ducken. Ja, super. Okay. Okay, so weit, so gut. Die sind fertig. Ähm. Ich mach das jetzt. Jetzt haben wir nur noch 18, ne? Ähm. So. Man sieht das schon. Ja, aber ganz viel. Hm. Steinchen. Boah, kein Ton. Das gleiche hier noch. Dann kann man zumindest mal hier nicht mehr runterfallen, ne? Oha. Hat gerade so gereicht. Okay. An geht noch, ne? Ja. Kann aber dann noch gehen. Okay. Hä? Hm. Hä? Where do ich denn hin? Ähm. läufig mal dahin okay falsch den hier das war es auch schon wieder junge 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 okidoki bedeutet 28 feile wieso wurde das nicht einsortiert warum nicht hier in drücken ich hatte nicht in gedrückt alles gut dann ich hoffe ihr versteht was ich damit meine wie ich das hier geplant habe gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen es dann morgen wieder gehabt euch gut und tschüss